Dann schauen wir noch mal auf mein Ghost Slider, wo ich mal zu holen ist. Vielleicht kriegen wir ja mal ein Röntgen. Das reicht nicht ganz. So eine Flitzpiepe. Jetzt machten wir unser Leiter. Auch nichts. Jetzt hab ich noch mal richtig. Keine Falspiele in Sicht hier. Jetzt schauen wir mal hier an, wo eine Flamme kommt. So, traut er sich nicht. So. 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 Okay, ein Feuerspucker drinnen hier, rein gibt's, ob der uns was bringt, ja, warum auch? Das war ja mal wieder ein kurzer Vergnügen, so, dann schauen wir mal, was das hier wird, das war ja mal ein Satz, American Poker. Ah, verflixt, was haben wir mitgenommen? Zu spät. Okay, das scheint ja ein kurzer Vergnügen gewesen zu sehen. Einmal nichts. Schade, schade. Dann schauen wir mal heute hier rein. Und geht. Oh, 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 oi, das wird ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Oh, das sieht noch was nach hier. Von Luftgerissen hat ja hier keiner was gesagt. So, dann wollen wir noch mal schauen ob wir hier weit abstauben können. Leute, wir nehmen 10 Linien. So, dann wollen wir noch mal schauen. Los, wir nehmen gerne eine Runde Freispiele. Ja. Aus. Komm. Geizgraschen. Da waren es schon wieder nur noch 50. Ah, knapp daneben. Also jene Runde hätte er ja spendieren können. Oh. Macht er auch. Oh, schweigen wir ab. Kann ja nur besser werden. Entspannung! Ja! Was ist alles eh! zurück! � Um, wiru! kel Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, nochmal eine schicke 5er Reihe, hier brauchen wir unsere 150 wiederum. Sieht ja nicht danach aus. Also für 4 Euro erwartet man ja eigentlich ein bisschen mehr, ne? Da klingelt er noch. Na ja. Da haben wir doch noch ein Klingelt Plus gemacht. Jetzt war auch nicht so der Brüller, aber besser wie nichts. So, dann wollen wir mal schauen, ob ein Vögelchen gibt hier. So, dann wollen wir ja. So, das kommt schon. 140, sehr schön. Anfang ist gemacht. So, jetzt noch ein Vögelchen. Da hat er auch noch nicht so abgemerkt. Schade. Okay. Das ist wie immer auch richtig. Knapp der Name. 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 Ah. Oh. Da war zeno 50. Da war zeno 50. Ah. 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 Übel. Blu wird 150 verschenkt. Jo. Sieht so aus. Und heute war die kleine Runde Lucky V. Los geht's. Da gibt's schon gleich Power Spits. Und schon am Minos Geschäft. Wir schauen. Untertitelung. BR 2018 Mein Gott, es mischt Anständen jetzt drinnen hier. So, dann mischt. 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 So, dann mischt die Tune aus. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Ha, geil. Aber haben wir. 810, so muss es sein. Richtig schick. Heftig. Very cool. So, mal schauen, was wir heute hier bei ChipRunner zu erwarten haben. Ah! Los, Seikos und Chipchance. Okay, noch mal bei hier heute. Schade. Heute nicht.